hallo zu diesem live stream und zwar zu diesem plus live stream mit dem thema photoshop wichtige retusche werkzeuge erklärt und dieses thema ist ein ganz ganz wichtiges denn dabei wird es darum gehen dass man das fundament so richtig von grund auf lernt damit du das dann nachher auch in deiner retusche in photoshop verwenden kannst und auf dieses wissen auch jederzeit darauf aufbauen kannst das ist ein plus live stream das heißt werde ich jetzt live bin ist der live stream auch kostenlos für alle die dabei sind quasi zum anschauen und natürlich zum dazulernen und besser werden danach ist dieser plus inhalt nummer für mitglieder also hier youtube mitglied werden zur verfügung und auch andere inhalte wie verschiedene lightroom themen die wir schon gemacht haben sowie die lightroom vorgaben oder von lightroom nach photoshop und wieder zurück ein thema auf das wir jetzt aufbauen werden wenn ich dir jetzt diesen inhalt diese retusche grundlage in photoshop erkläre denn es geht bei mir bei meinen plus live streams immer darum dass ich auch den workflow immer im hinterkopf habe beziehungsweise immer auf den workflow achte denn wenn man jetzt als fotograf unterwegs ist und fotografiert dann ist es immer wichtig dass natürlich auch der gesamte workflow und das ökosystem in dem man sich bewegt mit berücksichtigt wird und das ist natürlich auch ein sehr wichtiger punkt bei meiner plus mitgliedschaft also gleich vorneweg wenn euch das quasi gefällt ihr könnt mir auf jeden fall einen like also einen daumen nach oben da lassen das würde mir auch sehr gefallen dann könnt ihr natürlich auch für den anfang einfach einmal meinen youtube kanal abonnieren da findet ihr unten glaube ich die buttons zum abonnieren und was auch ganz wichtig ist für quasi die interaktion könnt ihr natürlich in den chat reinschreiben also du hast die möglichkeit direkt jetzt fragen zu stellen damit ich natürlich auf diese fragen eingehe solange sie hier jetzt zu diesem live stream thema dazu passen falls sie irgendwie zu weit draußen wären dann mache ich im normalfall auch oder immer wieder ein eigenes video dazu dass ich dann auch live stelle beziehungsweise online stelle und wenn man jetzt abonniert ist also ein abonnent ist dann bekommt dann natürlich auch so wiederum wertvolle informationen rein gespült in seinen channel oder in seine playlist wenn man so möchte okay also um was wird heute gehen kommen wir quasi jetzt direkt zu diesem thema photoshop wichtige retusche werkzeuge erklärt also es geht darum dass wir ein fundament legen auf das du dann danach aufbauen kannst das ist der wichtige punkt das wird zum beispiel sein dass wir uns über ebenen gedanken machen wie man ebenen in der retusche anwendet und was hier die großen vorteile sind dass man mit ebenen arbeitet dann geht es natürlich weiter dass wir uns die werkzeuge anschauen und zwar als erstes in einer überblick oder in einem überblick nämlich mit dem pinsel werkzeug und wie man jetzt mit pinsel spitzen arbeiten kann so dass das ganze nämlich auch wirklich sinnvoll funktioniert da gibt es jetzt nämlich in photoshop aus meiner sicht eine einstellung die standardmäßig so gewählt ist aber wirklich sehr wenig sinn macht denn der pinsel an die pinsel spitze ist jetzt nicht 100 prozent sichtbar standardmäßig sondern nur bis 50 prozent deckkraft und das resultiert darin dass man beim arbeiten mit dem pinsel werkzeug eigentlich immer so von außen zur kante hin malt wenn man irgendwo retuschieren möchte oder was auch immer oder mit masken arbeitet aber man weiß nie genau bis wohin der pinsel wirkt und das möchte ich natürlich auch herzeigen und wenn wir die grundlagen also die wirklichen grundlagen einmal gesehen haben dann geht es weiter dass wir uns den bereichs reparatur pinsel anschauen den stempel und auch das reparatur werkzeug und in diesem zuge in diesem live stream werde ich natürlich auch herzeigen wie man das ganze auch produktiv anwendet also man kann gespannt bleiben und gespannt sein denn jetzt geht es los und wir schauen uns an wie wir photoshop also wie man in photoshop quasi startet in der retusche und was aus meiner sicht als die wichtigsten werkzeuge sind die man am anfang auf jeden fall verstehen sollte